Der steht ganz normal, wie sonst auch immer. Und zu deiner rechten Seite brauchst du einen Step, der vertikal steht. So, jetzt pass auf. Zweiter Step. Turn. Kick. Step Touch. Ja. Nach dem Toucher, Mamo Back, wechseln wir auf den anderen Step. Wechseln zurück auf den Kick und dann zurück. Vier. Sieht mehr aus als es ist, lass dich nicht stressen. Schau nochmal. Hey guys, it's me again, Vitti. Welcome to my brand new Step Class hier on Fitness School TV. Enjoy. Fitness School TV.